Hallo ihr guten Menschen da draußen, hier ist der Reuter und heute hat er für euch einen umfassenden Umbral-Mega-Guide, der euch detailliert über die Season 13 Kernmechanik informiert. Die zentralen Elemente wie zum Beispiel neue Location-Helm, Umbral-Endkramme, Prisma-Umformer, Umbral-Dekodierer, irgendeinen komischen Hammer, eine neue Schlachtfeldaktivität, Kabalgold, Hammerladung und Prisma und Linsen können schon etwas verwirren. Puh, wir gehen das gemeinsam Schritt für Schritt durch und für all diejenigen, die sich nur für spezielle Bereiche interessieren, können ja die Kapitel nutzen, denn da könnt ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren und den für euch unwichtigen Teil einfach weglassen. Wir haben viel vor, also ultra kurze Intro-Animationen und ab geht da der Peter, äh der Reuter. Hallo und herzlich willkommen in der Helm, unserem Dreh- und Angelpunkt für sämtliche Umbral-Fokussierungen und Dekodierungen. Wem jetzt das alles hier überhaupt gar nicht sagt, was das ist, ihr müsst dazu eine Quest-Reihe abschließen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt es im nächsten Kapitel, also springt dahin, wenn ihr noch keinen Zugang zu der Helm habt, die vollständig ausgebaut ist. Das könnt ihr daran sehen, dass ihr hier einen Tresor und ein Postfach habt. Wenn ihr das sehen könnt, dann müsstet ihr in der Lage sein, sämtliche Funktionen der Helm zu nutzen. Was haben wir weiteren in der Helm? Wir haben einmal den Umbral-Dekodierer, einen Prisma-Umformer und da hinten eine Art Strategie-Tisch. Und was diese Teile jetzt im Zusammenspiel mit diesen Umbral-Engrammen machen, erkläre ich euch jetzt. Für all diejenigen, die das noch nicht kennen, es gibt eine neue Engram-Form, die nennt sich Umbral-Engramm. So neu ist die eigentlich gar nicht, die gab es schon in der Season 11. Und die müssen wir entschlüsseln, genauso wie wir Primus-Engramme beim Meister Rahul entschlüsseln. Allerdings kann der Rahul, weil er ein riesen Kloppy ist, mit diesen Umbral-Engrammen überhaupt nichts anfangen. Da brauchen wir grasse neue Technik und das ist genau dieser Apparello hier, der Umbral-Dekodierer. Wenn ich mit diesem interagiere, hätte ich jetzt die Möglichkeit, dieses Umbral-Engramm zu entschlüsseln und dann purzelt irgendwie ein Item raus. Ich erfinde jetzt einfach mal frei eine Zahl und sage, dieses Umbral-Engramm beherbergt 30 verschiedene Items. Irgendwie, keine Ahnung, 20 Waffen und 10 Rüstungsteile. Das ist jetzt frei erfunden, aber stellt euch das jetzt mal vor. Und wenn ich jetzt da drauf klicke, habe ich keine Möglichkeit zu bestimmen, ob da jetzt eine Waffe rauskommt oder eine Rüstung. Und je nachdem, was da rauskommt, kann ich nicht beeinflussen, ob die Rüstung jetzt mehr Intelligenz haben soll oder ob die Waffe jetzt eine bestimmte sein soll, wie zum Beispiel eine Pistole oder so. Das kann ich in der Form nicht. Und es wäre eine Verschwendung, wenn ich das Umbral-Engramm einfach so roh entschlüssele. Da gibt es aber einen anderen tollen Apparello, nämlich den Prisma Umformer. Den sehen wir hier. Und dieser gibt uns die Möglichkeit, diese Umbral-Engramme zu fokussieren. Und das bedeutet, ich mal hier mit rechts draufklicke, dass wir so ein klein wenig die Kategorie bestimmen können, welches Item da rausputzen soll. Lasst euch nicht verwirren. Das sieht wilder aus, als es eigentlich ist. Wir haben also drei verschiedene Stufen der Fokussierung. Stufe 1 ist für alle bereits freigeschalten. Bei der Stufe 2 müssen wir zunächst ein paar Aufgaben erledigen. Hier zum Beispiel müssen wir Pistolen und Maschinenpistolen-Todesstöße machen für die Stufe 2. Dasselbe gilt dann nochmal für die Stufe 3. Da ist es dann aber ein bisschen mehr, was wir da umbringen müssen. Also ihr seht schon, das ist nicht verfügbar. Wir müssen hier erstmal grinden, damit wir hier noch mehr Fokussierungsmöglichkeiten erhalten. Da hat Bungie wieder geschickt gemacht. Immer schön die Leute beschäftigen. Nun, was bedeutet Fokussieren jetzt? Was schwätzt da halt schon wieder? Das ist ganz einfach. Mein Umbral-Entgramm im Rohzustand, da wird mir irgendwas rausputzeln. Und wenn ich jetzt dieses hier umfokussiere und ich ein weltliches Waffen-Entgramm daraus mache, dann bekomme ich Waffen aus vorangegangenen Seasons. Das Teil hier nebendran gibt mir Rüstungen aus vorangegangenen Seasons. Welche das sind, weiß ich jetzt leider nicht im Detail. Bei diesem Typ hier ist es so, dass ich auf jeden Fall auserwählten Ausstattung bekomme. Sprich Rüstung oder eine Waffe aus der Season 13. Hier ist, keine Ahnung, Season, ich sag mal, 10 bis 12 oder keine Ahnung, 8 bis 12. Und das hier ist wirklich Season 13. Und bei diesem Ding hier zum Beispiel bekomme ich auch auserwählten Waffen, also Season 13 Waffen und keine Rüstung. Das bedeutet, wenn ich unbedingt eine Knifte aus der Season 13 haben will, dann ist das genau das fokussierte Umbral-Entgramm, auf das ich mich stürzen sollte. Ihr merkt schon, wir können hier mit der Fokussierung ein klein wenig bestimmen, was denn am Ende beim Dekodieren rausputzen soll. Hier in der Stufe 3 können wir sogar den Stat beeinflussen, welcher eine Rüstung haben soll. Mit dem Ding hier kriegt die Rüstung etwas mehr Mobilität, hier etwas mehr Intelligenz. Mit dem Ding können wir wahrscheinlich uns aussuchen, ob es eine Pistole oder eine Maschinenpistole werden soll. Also ihr merkt schon, je höher die Fokussierungsstufe, desto genauer die Möglichkeit für uns, dass wir uns da irgendwas Cooles aussuchen können, was am Ende beim Dekodieren rausfällt. Nun, warum der ganze Aufwand? Ihr seht ja schon, das ist dieser Händler-Subscreen für die Saison der Auserwählten. Diese ganze Umbral-Dekodierer-Geschichte, die fanden wir ja alle so geil, dass Sponji gemeint hat, Mensch, das werden wir für nächste Seasons ebenfalls in Place lassen. Das bedeutet, wir bekommen hier noch mehrere Händler-Subscreens hinzu, vielleicht für die Season 15, vielleicht auch noch für die Season 14 und für die Season 15, ich weiß es nicht. Da werden wir auf jeden Fall in der Zukunft sehen, für wie viele Seasons Sponji dieses ganze Umbralsystem am Leben erhalten wird. Aktuell haben wir nur die Saison der Auserwählten und das sind unsere Möglichkeiten. Nun, machen wir weiter im Text, jetzt wissen wir, für was dieses komische Apparello-Vieh hier zuständig ist, dieser Prisma-Umformer, jetzt müssen wir darüber sprechen, wie kann ich denn tatsächlich sowas aktivieren. Bei diesen drei Kandidaten brauche ich einfach nur so ein Umbral-Endgramm und legendäre Bruchstücke, super easy. Für diese beiden hier steht da aber, ich brauche eine Hammerladung. Jo, nicht? Hier sieht man schon, hier ist so ein Riesenhammer abgebildet, also müssen wir mal über diese Hammerladung sprechen. Es ist ganz einfach, im Inventar habt ihr nämlich den Feuerprobenhammer und wenn ihr die Questreihe durchgemacht habt, dann wisst ihr ja grob worum es geht, aber ich erzähle es euch trotzdem nochmal. Es gibt die Möglichkeit, dass wir alte Aktivitäten spielen, sowas wie Strikes und Gambit und öffentliche Events und PvP und diesen ganzen alten Mist und dieser ganze alte Mist gibt uns eine Währung, die sich da nennt Kabal-Gold. Kann ich euch mal einblenden. Und wenn ihr Kabal-Gold anhäuft, dieser Hammer trägt das Kabal-Gold quasi, das habt ihr nicht im Inventar, das hat quasi nur der Hammer im Inventar und dieser kann in der ersten Ausbaustufe bis zu 42 Kabal-Gold tragen, das können wir später noch ausbauen, aber im Moment können wir nur 42 Kabal-Gold tragen und ich kann euch eine kleine Liste einblenden, die euch ganz genau sagt, welche Aktivität ungefähr wie viel Kabal-Gold gibt. Es lohnt sich den Hexenkessel zu spielen, weil er geht nämlich nur 5 Minuten und ist halbwegs spaßig und es ist meiner Meinung nach eine der kürzesten Aktivitäten, um an Kabal-Gold zu kommen, aber der Hexenkessel ist nicht immer aktiv. Wenn ihr das Video später anguckt, mag es sein, dass der Hexenkessel schon gar nicht mehr verfügbar ist. Also macht vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Gambit oder was auch immer Bock macht, damit ihr Kabal-Gold bekommt und sobald ihr Kabal-Gold habt, nämlich 14 an der Zahl, dann dürft ihr hier dieses geätzte Herausforderer-Medaillon da reinpacken und erst wenn ihr das gemacht habt, ja, also wenn, ich mache das jetzt mal, zack, jetzt habe ich hier dieses geätzte Herausforderer-Medaillon da reingepackt und jetzt habe ich auch keine 30 Kabal-Gold mehr, sondern nur noch 16, das heißt, ich könnte noch ein Medaillon reinpacken, sobald es weg ist und was dieses Medaillon macht, ist folgendes, ihr startet die Aktivität Schlachtfelder und zwar hier in dieser Vorhut-Liste. Na, seht ihr schon Schlachtfelder. Da müsstet ihr jetzt draufgehen und dann könnt ihr das starten und sobald ihr das hierüber gestartet habt, wird am Ende des Schlachtfelds eine Kiste spawnen beziehungsweise drei Kisten und eine davon dürft ihr kaputt kloppen und ihr könnt diese Kiste nur dann kaputt kloppen mit eurem Hammer, wenn er, wie gesagt, dieses Medaillon inne hat. Cool. Kann ich euch einblenden, da ist ein kleines Video, da kloppe ich auf die Kiste drauf und dann gibt es diese Hammerladung. Eine, okay, eine Kiste, eine Hammerladung. Und sobald dieser Feuerprobenhammer einmal aufgeladen ist, dann wird sich bei diesen drei Kästchen da unten ein Kästchen gelb färben, das bedeutet, ich habe dann eine Hammerladung und mit dieser Hammerladung kann ich dann, wie gesagt, mir lustigerweise so ein fokussiertes Entgramm leisten. Also entweder eins dieser beiden oder vermutlich auch die da unten, die werden auch Hammerladungen kosten. Okay. Soviel dazu. Also wir haben festgestellt, alte Aktivitäten spielen, um Gold zu bekommen, das Gold nutzen, um das Medaillon in den Hammer auszurüsten. Sobald der Hammer mit dem Medaillon versehen ist, könnt ihr so eine Kiste in den Schlachtfeldern kaputt hauen, dann kriegt ihr eine Hammerladung und dann könnt ihr so ein blödes Umpralengramm fokussieren. Das ist quasi die ganze Hauptaufgabe der Season. Ein bisschen verfeinert wird es noch, indem wir uns den strategitisch angucken, denn hier können wir unseren Hammer verbessern. Gehen wir mal in den Händersubscreen. Hier gibt es diverse Verbesserungen, die wir kaufen können in diversen Ausbaustufen. Ich erzähle euch gleich, wie ihr das kaufen könnt. Aber nur mal als Beispiel, hier können wir die Ladungen des Feuerprobenhammers von 3 auf 5 hochbolzen. Hier kann ich zum Beispiel, das werde ich mir als erstes kaufen, die Menge an Kabalgold, die der Hammer tragen kann, erhöhen. Ich finde das ganz lustig, denn wenn ihr nämlich Aktivitäten spielt, irgendwie Brain AFK, und ihr mehr Kabalgold bekommt, als euer Hammer tragen kann, dann ist es verschwendet. Und deswegen werde ich jetzt mich auf dieses Ding hier stürzen, um das auf 56 hochzukloppen. Dann hier von 56 auf 70 und in der letzten Ausbaustufe auf ganze 84. Das heißt, ich kann allerlei Aktivitäten spielen und das Ding kann mächtig viel Kabalgold-Ladungen tragen, damit ich da dementsprechend auch diese Medaille ausrüsten kann. Es gibt noch weitere lustige Dinge, die wir hier freischalten können, die uns dann am Ende der Schlachtfelder Bonus-Truhen geben und Bonus hier und Bonus da. Also dieses ganze Hammer-Verbesserungen-Menü dient nämlich dazu, dass wir das Maximum an diesem Schlachtfeld-Event rausbekommen. Je mehr wir hier freischalten, desto ertragreicher sind diese Schlachtfeld-Runs. Gut, und jetzt sprechen wir darüber, wie wir überhaupt hier so ein Ding kaufen können, so eine Freischaltung oder eine Verbesserung. Da müssen wir ja immer bei dem Wording bleiben. Und das geht in der Tat, wenn ihr mal bei euren Quests guckt, bei diesen saisonalen Herausforderungen. Ich finde es ganz cool, dass das hier immer oben fest bleibt. Wenn wir hier draufdrücken, dann sehen wir, hier gibt es diverse Herausforderungen und einige dieser Herausforderungen in dieser Woche geben Strategie-Tisch-Ruf. Hier Mittel, hier ebenfalls Mittel und hier ebenfalls Mittel. Das bedeutet, wenn wir uns diesen Herausforderungen stellen und diese abschließen, dann bekommen wir hier nicht nur eine tolle Waffe und EP, sondern halt eben auch Strategie-Tisch-Ruf und mit diesem können wir dann eben unseren Hammer verbessern. Cool. Nun ist es aber so, dass wir hier limitiert sind, denn die anderen Herausforderungen, die geben jetzt erstmal nur EP und keinen Strategie-Tisch-Ruf. Ich bin mir sicher, dass Bungie dann in der Woche 2, also je nachdem, wann ihr das Video guckt, das ist nämlich die erste Woche der neuen Season, dass wir ab der Woche 2 dann noch mehr Strategie-Tisch-Ruf bekommen können. Und Bungie hat es ganz geschickt gemacht, weil die ganzen Suchtlappen wie Cookie und Brauna und so, die da durchgrinden und durchhämmern, die können nämlich nicht in der ersten Woche ihren Strategie-Tisch-Ruf auf 396 pushen und alles schon kaufen. Ja, die müssen mal schön warten, bis da Woche für Woche eben diese Dinger freigeschalten werden und somit können wir alle ganz gemütlich unseren Strategie-Tisch-Ruf nach oben bringen. Das ist eigentlich ganz cool. Und ein weiterer Vorteil dieser ganzen Herausforderungen ist, dass das als Ersatz für die Weekly Bounties hergenommen wurde und wir können quasi jederzeit pausieren und nach drei Wochen zum Beispiel da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Uns geht nichts verloren, da läuft nichts ab. Ich könnte jetzt zwei Wochen lang Valheim spielen, weil das total cool ist, hier zu Destiny zurückkehren und dann direkt da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Okay, das ist das ganze Hexenwerk der Season 13. Natürlich neben neuen Sachen wie den neuen Strike und den tollen neuen Exotics und was sie sich sonst noch einfallen lassen werden. Aber im Grunde genommen ist es alte Aktivitäten farmen für Kabalgold, die neue Aktivität farmen, damit wir Hammerladungen kriegen und dann können wir hier super tollen, legendären Loot fokussieren. Das ist das ganze Hexenwerk der Season 13. Ist ja wie gesagt ganz nett, aber jetzt nicht wirklich irgendwas, was mich da über zwei Monate am Stück beschäftigt. Aber wie gesagt, es bleibt jedem selbst überlassen, wie toll er das findet oder eben nicht. Okay, das war der kurze Überblick. Ich bin mir sicher, dass es in der Zukunft vielleicht noch mehr Dinge geben wird, die hier freigeschalten sind. Also vielleicht in drei Wochen gibt es noch mehr Klamotten, die wir hier aussuchen können. Aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos ist das erstmal alles, was es hier zu sehen gibt. Vielleicht kommt da ja in Zukunft noch mehr. Und für all diejenigen, die noch gar nicht so weit sind und die das alles noch nicht sehen können, denen zeige ich jetzt Schritt für Schritt, wie sie mit den Quests verfahren müssen, um halt eben an diese Stelle hier zu kommen. Allen anderen danke ich fürs Zuschauen. Bleibt gesund, macht den Jod, schwenkt den Hut. Wir sehen uns im nächsten Video. Also, weiter geht's. Jetzt im Schnelldurchlauf die komplette Questreihe Feuerprobe des Herausforderers und die Dunkelheit entschlüsseln. Die Voraussetzungen sind, um das ganze Umbral-Ökosystem nutzen zu können. Es geht los, nachdem ihr euch das Intro mit Keitel angesehen habt, werdet ihr in ein Schlachtfeld teleportiert. Das nennt sich Koloss. Dort müsst ihr einfach nur ein paar Mobwellen erledigen in Form von Kabalen. Manche etwas stärkere Kabale mit einer Orange Lifebar lassen dann so eine Art kleine Bombe fallen. Die schmeißt ihr dann in so ein Aparillo. Das müsst ihr dreimal machen. Dann werdet ihr irgendwann Richtung Boss gehen dürfen. Und er hat einen Lebensbalken, der sich in drei verschiedene Segmente unterteilt. Und ihr dürft das erste Segment direkt wegnatzen. Dann bekommt ihr einen Schild. Es wird ein neuer Kabal-Champion spawnen, den ihr dann plätten müsst. Dann verliert der Boss sein Schild. Dann könnt ihr das nächste Segment seines Lebensbalkens wegnatzen. Und so weiter und so fort. Bis ihr ihn am Ende erledigt habt. Am Ende des Einführungsschlachtfeldes bekommt ihr ein seltsames Artefakt, mit dem ihr in die Helm reisen müsst und an den Strategietisch gehen sollt. Denn dort stellt sich heraus, dass es das Seasonal Artefakt ist, die Glocke der Eroberungen. Dort erhaltet ihr auch die Quest Feuerprobe des Herausforderers, die ganze zwölf Schritte beinhaltet. Die ersten beiden Schritte sind einfach. Sprecht mit Osiris und der Krähe. Die Krähe hat übrigens ein ganz nettes Gebiss und könnte super Werbung machen für eine spezielle Krähenzahnpasta. Der zweite Quest-Schritt sieht vor, dass ihr den Umbral-Dekodierer aufsucht und da bekommt ihr eine neue Quest, die Dunkelheit entschlüsseln. Die Mini-Quest, die Dunkelheit entschlüsseln, besteht nur aus drei Quest-Schritten und sie dient primär dazu, euch die beiden Apparate vorzustellen, nämlich den Prisma-Umformer und den Umbral-Dekodierer. Ihr müsst mit beiden Maschinen interagieren und diverse Dinge anklicken und das ist relativ fix erledigt. Und dann könnt ihr weitermachen mit dem Schritt 3 der eigentlichen Quest-Reihe, nämlich Feuerprobe des Herausforderers. Dort zieht der dritte Schritt vor, mit Lord Salami am Tisch zu schnacken. Das könnt ihr auch tun. Und dieser schickt euch dann in das nächste Schlachtfeld auf Europa, welches Schritt 4 von 12 darstellt. Am Ende dieses Schlachtfelds, das genauso abläuft wie das andere auch, bekommt ihr dann endlich den Feuerproben-Hammer. Um den Hammer aber überhaupt nutzen zu können, müsst ihr erst im Schritt 5 von 12 den Strategietisch erneut aufsuchen, der euch dann im nächsten Schritt 6 von 12 dazu nötigt, irgendeine Aktivität abzuschließen, um an Kabalgold zu kommen. Da könnt ihr euch irgendwas von den alten Aktivitäten aussuchen, PvP, Gambit, öffentliche Events oder ein Strike oder sonst was. Und sobald ihr das gemacht habt, geht es weiter mit Schritt 7. In diesem Schritt geht es darum, dass ihr lernt, wie ihr den Feuerproben-Hammer bestückt. Kein Hexenwerk, macht einfach sein Menü auf. Dort könnt ihr mit 14 Kabalgold ein Medaillon einsockeln. Und das war auch schon der ganze Schritt 7. Im nächsten Schritt 8 müsst ihr dann mit diesem bestückten Hammer wieder in ein Schlachtfeld. Doch dieses Mal werdet ihr das über das Vorhutmenü aufrufen. Also macht euren Navigator auf, klickt bei der Vorhut auf das Schlachtfeld und dann könnt ihr da nochmal ein Schlachtfeld spielen. Das ist ein kleines bisschen knackiger als die Einführungsschlachtfelder. Aber bei Powerlevel 1200 sollte das kein Problem sein, da locker durchzukommen. Und am Ende dieses Schlachtfelds spawnen tatsächlich drei Zusatzkisten zu der allgemeinen Kiste. Eine davon könnt ihr nämlich kaputt kloppen mit dem Hammer und dem eingesetzten Medaillon. Sobald ihr das tut, bekommt ihr eure erste Hammerladung. Und im Schritt 9 von 12 müsst ihr dann zurück zum Strategietisch und den aufsuchen. Dann werdet ihr nämlich feststellen, dass ihr mit dieser Hammerladung ein ganz tolles Umbral in Gramm fokussieren könnt. Beim Prismaumformer und das ist auch gleichzeitig der Schritt 10 von 12. Sobald ihr das erledigt habt, sind die letzten beiden Schritte auch super easy. Ihr müsst nämlich das eben fokussierte Umbral-Endgramm einmal dekodieren bei diesem lustigen Dekodier-Aparello und zu guter Letzt nochmal den Strategietisch aufsuchen und dann habt ihr endlich alle 12 Schritte von dieser Einführungsquest erledigt und könnt nach Herzenslust die ganze Season 13 diesen Umbral-Kack machen. Herzlichen Glückwunsch! Ich mache an der Stelle jetzt Schluss, das Video war lang genug, aber ich wollte es etwas ausführlicher gestalten für all diejenigen, die das ganze Umbral-System noch gar nicht kennen und quasi ganz frisch dabei sind. Für alle anderen, ich hoffe, es war trotzdem etwas Wertvolles an Informationen für euch dabei. Ich wünsche euch viel Spaß in der Season 13 und wir sehen uns hoffentlich gesund im nächsten Video. Macht es gut und schwenkt den Hut! und schwenkt den Hut! Untertitelung des ZDF, 2020